Hallo Leute und herzlich Willkommen zu mal einem etwas anderen Video. Dieses Video ist, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, sehr kurz. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie ihr die verschiedenen, wie soll ich das sagen, Toneinstellungen, die ich euch jetzt zeigen werde, findet. Und zwar, das hier, was ihr jetzt hört, ist das Normale, das, was ich halt immer habe. So hört sich meine Stimme halt normal an, ohne dass ich irgendwas Bestimmtes mache, außer Rauschentfernung. Also Rauschentfernung mache ich generell immer. Dann gibt es die erste Einstellung, die man verwenden kann. Die hört sich etwas anders an, allerdings bin ich mir absolut nicht sicher, ob das jetzt besser ist oder schlechter. Äh, und wenn ich dann noch zwei Einstellungen dazugebe, dann hört sich das nochmal anders an und, äh, das hört sich für mich jetzt sogar besser an, als das Original. Hier nochmal das Original nebenbei. Und, ähm, ja, ich würde halt wissen, welches der Einstellungen ihr am besten findet, weil ich würde schon gerne meine Tonqualität verbessern, am besten ohne ein fettes Standmikroofa in meiner Fresse zu haben. Äh, und ja, also schreibt es einfach in die Kommentare oder was auch immer, ne? Lasst es mich wissen. Naja, dann war es das auch mit dem Video, sorry. Äh, das ist auch nur so ein Video zwischendurch, das sollte meinen Uploadplan nicht irgendwie stören oder so. Also ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Tschüss!